Wo stehst du? Ich würde sagen, ich bin wirtschaftspolitisch Republikaner und sozialpolitisch Demokrat. Ich bin jetzt 45, berufstätig, mit zwei Kindern und eigener Firma. Also in dieser Lebensphase wähle ich nach steuerlichen Aspekten. Also wähle ich Republikaner. Man muss sich halt für eine Seite entscheiden. Es scheint, als gäbe es keinen Mittelweg. Beide Seiten zieht es in die Extreme. Diese Spaltung, raubt ihr nicht den Schlaf? Was kann ich schon dagegen tun? Das ganze riesige System ist doch kaputt. Also schaue ich weg und mache mein Ding. Ich wähle für mein Konto, weil ich mich gerade in dieser Lebensphase befinde. Vielleicht denke ich anders in 20 Jahren, wenn ich es mir leisten kann, nach sozialen Gesichtspunkten zu entscheiden.